Ja, du bist gemeint, Luna. Komm her! Ich verstehe, dass du jetzt sprachlos bist. Ich hab mich für dich entschieden, weil ich weiß, dass du das schaffst. Leute, ich hoffe, dass ihr dem Roller treu bleibt und dass ihr hier genauso viel Spaß habt wie bisher. Das wünsche ich mir von Herz. Und eins kann ich euch versprechen, über Videa werde ich euch ganz sicher nicht aus den Augen verlieren. Und ihr kümmert euch gut ums Roller. Ja! Alle zusammen einen Applaus für Tamara! Das ist eine Überraschung. Ich liebe euch alle. Simon, hast du das gerade eben gehört? Ich will, dass ich mich um die Wettbewerbe kümmere, die das Roller veranstaltet. Das ist doch ein Scherz. Na los, komm her. Komm schon. Keine Angst, das machst du mit links. Wieso gehst du? Ich hab das Gefühl, dass ich mich neuen Herausforderungen stellen muss. So bin ich nun mal. Dagegen komm ich nicht an. Überleg's dir doch nochmal. Jungs, auch wenn ich weg bin, müsst ihr dem Roller treu bleiben. Es ist doch wie euer Zuhause. Natürlich, versprochen. Was mich betrifft. Ich, ich möchte dir einfach nur für alles danken, was du für mich getan hast, Tamara. Danke, dass ich Teil dieser Familie sein durfte. Denn das ist deine Familie. Ich hab dich lieb. Wir haben dich alle lieb. Ich euch doch auch. Hört schon auf, ich war gleich auch zu weinen. Tamara, ganz ehrlich. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Aber bist du sicher, dass ich es schaffe, das Roller weiterzuführen? Na klar, Luna, natürlich. Sonst hätte ich dich nicht ausgewählt. Luna, du bist voller Leidenschaft und nur darauf kommt es an. Ich werde dir alles geordnet übergeben und wir bleiben doch in Kontakt. Du fielst mir jetzt schon. Du mir noch mehr. Ich hab dich lieb. Und wenn irgendwas ist, meldet ihr euch, okay? Ja, auf jeden Fall. Versprochen. Los, lass euch knuddeln. Ich hab euch so lieb. Leute, ein Foto. Ist gut, aber du gehst in die Mitte, ja? Stell dich mir her. Das wird schön. Umwerfend.